Es ist eine totale Verarsche im Endeffekt. Preischeck bei Saturn, Mediamarkt und Medimax. Mit einem überraschenden Ergebnis. Fair ist es sicherlich nicht. Das ist im Grunde Business. Der Modellschummel, wie die Märkte einen Vergleich unmöglich machen. Wenn der Verbraucher das merkt, dass das eben so läuft, dann muss er sich entscheiden, ob er da weiter einkaufen möchte. Und der Finanzierungsköder. Was steckt wirklich hinter den verlockenden Zinsfrei-Angeboten? Da muss der Gesetzgeber tätig werden. Die Tricks der Elektromärkte. Was zieht uns immer wieder in die großen Elektroketten? Alles, was man braucht, kann man da finden. Es gibt kompetente Beratungen. Die Preise sind ganz okay. Ich finde das praktisch. Da ist für jede Abteilung gleich ein halbes Stockwerk. Billig. Sollen wir dazu sagen, klar. Und weil die Werbung einen infiziert. Alles, was man braucht, findet man in einem Laden. Und was es da gibt, ist angeblich besonders günstig. Das behauptet zumindest die Werbung. Ultragünstig. Beste Preise haben wir. Irre Auswahl und verrückte Preise. Verrückte Preise, was assoziieren Sie damit? Ähnlich wie mit dem besten Preis, soll es die Leute natürlich nie in die Märkte blocken. Und sagen dem dummen Kunden dann auch, du brauchst dich weiter zu suchen. Wir haben die besten Preise. Ja, so suggerieren die einem das ein. Aber ob es das tatsächlich ist, das wissen wir ja nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es da teilweise auch teurer ist. Das passt für mich nicht, weiß ich nicht. Sind also die Preise wirklich so günstig, wie uns weiß gemacht wird? Oder führt uns die Werbung an der Nase herum? Die Preistricks. Ich bin mit zwei NDR-Zuschauern verabredet. Hallo. Hallo. Grüß Sie. Schön, dass Sie da sind. Ja, wir gehen los. Danke. Uwe Dunker hat früher als Ingenieur gearbeitet und repariert für die gesamte Nachbarschaft Elektrogeräte und auch sonst alles, was ihm so in die Finger kommt. Und seine Frau, die Blind Dunker. Mutter von vier Kindern und Hausfrau. Die Dunkers werden für uns in den nächsten Wochen Testeinkäufe machen. Und Geräte daheim ausprobieren. Gehen Sie gerne in Elektromärkte? Ich gucke ganz gern mal, was neu auf dem Markt ist. Das interessiert mich schon. Und wundere mich heute, da ich meine Geräte ja auch immer lange habe, doch auch über die Preise manchmal. Prinzipiell gerne einkaufen tue ich grundsätzlich nichts. Weil meist mit Geldausgabe verbunden. Die Frage ist, wo kriegt man es her, was braucht man? Allein in Norddeutschland zählen wir über 50 Media-Märkte und 22 Saturn-Filialen. Beide gehören zum selben Unternehmen, Media Saturn. Während Saturn meist in den Innenstädten liegt, ist der Media-Markt oft außerhalb. Medimax gibt es 25 Mal bei uns im Norden. Jahresumsatz der drei Unternehmen zusammen. 14,9 Milliarden Euro. Alle drei Unternehmen behaupten also, sie seien extrem günstig. Dann dürfte es doch wohl bei identischen Produkten eigentlich keine großen Preisunterschiede geben. Oder? Wir schauen uns das mal genauer an. Ich gebe Ihnen mal einen Preis vor. Das ist der von Media-Markt. 63,99. Was glauben Sie jetzt, wenn Sie den Preis sehen, wie unterscheiden sich die anderen Preise? Vielleicht 4 Euro günstiger. 4 Euro günstiger oder auch teurer. Ja, oder auch teurer, wie auch immer. 11 Euro Preisunterschied. Oh, das ist ja gewaltig da. Das hätte ich nicht gedacht. Sind 11 Euro. Dass der Media-Markt so teuer ist. So gewaltig. Ja, es ist viel. Heftig. Und bei den Kameras? Ein Preisunterschied, denke ich schon. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wie hoch wird der in etwa sein? 20 Euro vielleicht. 20, 25 Euro, sagt Ihre Frau. Was meinen Sie? Wie viel Preisunterschied? 25 Euro, nee. Nicht so viel? 15. Oder 17. Es sind 20 Euro Preisunterschied. Ich habe ja 17 gesagt. Ich habe 20, 25 gesagt. Vor allem macht ja auch Mediamarkt so große Reklame, dass man wirklich denkt, da kriegen wir es billig. In Wirklichkeit kann man woanders hingehen und dann kriegt man es dennoch günstiger. Was glauben Sie? Gibt es Preisunterschiede? Sicherlich. Von Händler zu Händler denke ich schon. Ich denke mal, das kann bis zu 50 Euro liegen, denke ich. Und ich sage, wozu? Ich meine, die Waschmaschine kann nicht fliegen, die kann waschen. Und das Waschergebnis wird, wenn das das gleiche Modell ist, das gleiche sein. So denke ich mir das mal. Ja. Ich zeige Ihnen mal die Preise. Wir haben einmal die Waschmaschine bei Saturn 619. Das ist jetzt, muss ich mal kurz gucken, Medimax 699 und Mediamarkt 599. Dann lage ich mir meinen 50 Euro ja total daneben. So viel Unterschied und wer kann das einem erklären, warum? Ja, dann müssten Sie auch verschieden sein an der Leistung. Sind sie aber nicht. Sie sind die gleiche. Komplett die gleiche Maschine. Weiß ich nicht, was das soll. Wenn ich was kaufen will, ich informiere mich. Ich habe aber eben, wie gesagt, auch die Zeit. Wenn ich jetzt arbeiten würde oder so, dann habe ich halt mal ja nicht so die Zeit, überall sich rumzutreiben, in Anführungsstrichen. Und was machen die Menschen, die keine Zeit haben, so Preise zu vergolden? Die sind manchmal im Moos geknippt. Und jetzt noch ein Fernseher. Knapp 2500 Euro Preisunterschied zwischen Mediamarkt und Saturn. Das ist Wucher. Oder was soll ich dazu sagen? Traurig, traurig, dass man das mit uns macht eigentlich. Kann man ja wohl nichts machen, aber das ist irgendwie eine Schweinerei. Dass das sowas überhaupt gibt oder dass das, wie soll ich sagen, erlaubt ist oder so. Also ich mache jetzt mein Portemonnaie zu und gehe nie wieder einkaufen. Zurück bei den Dunkas. Gemeinsam gehen wir die Preisunterschiede zwischen den Ketten noch einmal durch. Gleichgünstig kann man häufig vergessen. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass das ein dicker Hund ist, aber ein korbuleter Wauwau ist das allemal. So eine klaffende Wunde hätte ich beinahe gesagt. Ja, es ist enorm. Hätte ich nicht gedacht. Doch es geht noch krasser. Gemeinsam mit den Dunkas vergleiche ich die Preise innerhalb eines Unternehmens. Zunächst identische Stabmixer von Saturn. Gekauft in zwei verschiedenen Filialen im Raum Hamburg. Einmal für 82,99 Euro, einmal für 89,99 Euro. Krass gesagt, unmöglich. Das ist eine Kette und zwei verschiedene Preise. Kann ich mir nicht erklären, wie man dazu kommt und wie sowas passiert. Als nächstes Medimax. Hier haben wir einen Föhn gekauft. In einer Filiale für 74,99 Euro. Zehn Kilometer weiter mussten wir 84,99 Euro hinlegen. Zehn Euro mehr. Da sollte sich die Geschäftsleitung der Kette vielleicht mal Gedanken drüber machen. Das ist nicht lustig. Schlimm finde ich das. Nein. Nö, es ist wirklich nicht gut für die Kunden. Und dass so große Geschäfte sich das einfach leisten ist allerhand, finde ich. Medimax gibt zu. Wir können und wollen die Preisgestaltung vor Ort nicht verbindlich vorgeben. Jetzt noch Toaster. Gekauft beim Mediamarkt. In einer Filiale wollen sie 69 Euro dafür haben. In einer anderen kostet er viel mehr, 89 Euro. Also, hammerhart. Es ärgdreist. Es ärgdreist. 20 Euro. Also da werde ich ja wild. Das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Also, da muss man ja quasi jede Filiale einzeln abklappern und genau buchführen, welches Produkt wo was kostet, um dann anschließend nochmal hinzufahren, um das Billigste zu erwerben. Also, das ist irgendwie ein bisschen ärgdreist. Mediasaturn schreibt uns dazu. Die einzelnen Märkte waren schon immer eigenständig in ihrer Preisgestaltung. An der Universität Hannover treffe ich den Marketing-Professor Klaus-Peter Wiedmann. Was sagt er zu unseren Ergebnissen? Man versucht einfach, die Konsumenten so weit entgegenzukommen, wie es nötig ist. Und versucht natürlich auf der anderen Seite das rauszuholen, was auch möglich ist. Das ist jetzt sicherlich ein Spiel, was hier gemacht wird. Bei Beamten haben sie so eine Art Ortszuschlag. Wenn sie irgendwo wohnen, wo es teuer ist, kriegen sie ein bisschen mehr. Also, die, wo man das Gefühl hat, sie können sich das eher erlauben. Das heißt, wenn die Menschen mehr Geld haben, geben sie es wahrscheinlich auch häufiger aus. Und dann setzt sich die Preise einfach höher. Tendenziell, ja. Fair ist es sicherlich nicht. Das ist im Grunde Business. Ich meine, Business und Fairness passen manchmal zusammen. Manchmal ist es nicht so richtig miteinander zusammen. Die Irrenpreise sind also unter Umständen gar nicht die besten und auch nicht ultra günstig. Auch wenn die Elektromärkte uns das gerne einreden wollen. Sieht es bei der Beratung vielleicht besser aus? Zusammen mit Dietlind und Uwe Dunker klappern wir Elektromärkte ab. Wir wollen die Verkäufermasche aufdecken. Unser Verdacht, in dieser Mediamarktfiliale in Hamburg arbeitet ganz besonderes Personal. Kaum bei den Waschmaschinen angekommen, werden wir von einem jungen Mann forsch angesprochen. Miele ist der Marktführer. Danach kommt gleich Samsung. Über Bosch und Siemens braucht man gar nicht zu reden. Jetzt kommt der junge Mann in Fahrt. Samsung hat auch gute Trommeln, ist Marktführer in Amerika und Asien. Diese Maschine hat auch die patentierte Samsung-Schaumaktiv-Funktion. Das spart Wasser. Die anderen Hersteller tritt er in die Tonne. Hier AEG. Die sind halt nicht so hochwertig wie Bosch und Siemens. Und die halt wiederum nicht so gut wie zum Beispiel Samsung. Was ist denn Ihre Empfehlung? Miele, wenn Sie mehr ausgeben wollen. Oder Samsung. Aber Samsung verbraucht weniger Strom und Wasser als Miele. Und es gibt eine 5-Jahres-Garantie. Immer wieder Samsung. Der Verkäufer nimmt uns in Schlepptau eine Etage tiefer. Hier stehen, Überraschung, ausschließlich Samsung-Geräte. Und die hier kostet nur 1000 Euro und ist sparsamer als Miele. Wir haben genug gehört. Wollen wissen? Sagen Sie mal, arbeiten Sie für Samsung? Erwischt. Ja, tue ich. Erst auf Nachfrage damit rausrücken. Ganz schön dreist. Ich habe da nicht mit gerechnet. Ich finde das auch nicht richtig. Denn ich denke, wenn ich in so ein Kaufhaus gehe, erwarte ich auch möglichst fachkundige Mitarbeiter. Und die mir auch alle, die ganze Palette vorstellen können. Ich wäre überrascht gewesen, wenn er gesagt hätte, nein, ich gehöre hier zum Markt. Ein Mitarbeiter eines Märkts identifiziert sich nicht mit Produkten eines bestimmten Herstellers. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ein Einzelfall? Wir recherchieren an einer anderen Mediamarkt-Filiale. Interessieren uns dieses Mal für Kaffeemaschinen. Wollen uns bei einer Verkäuferin informieren. Ganz kurze Beratung, dann wimmelt sie uns ab. Ich würde Ihnen gerne nochmal meine Kollegin schicken. Eine andere Verkäuferin taucht auf. Die Maschine von Krups hier hat ein schönes Display. Bei Krups ist alles aus Edelstahl, nichts aus Plastik. Die Verkäuferin kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Wir fragen, kann sie uns auch etwas anderes empfehlen? Bei dieser Maschine ist die Brüheinheit aus Kunststoff. Das ist echt so eine Geschichte. DeLonghi baut ganz gute Maschinen. Aber bei Viertrinkern oder nach einem halben Jahr verändert sich die Maschine. Das haben sie bei Krups nicht. Die sind langlebiger. Nach geschlagenen 10 Minuten wissen wir viel über die Maschinen von Krups. Aber nur wenig über die Kaffeeautomaten anderer Hersteller. Neutrale Beratung, Fehlanzeige. Ich finde, so große Elektromarktketten sollten einem die Chance geben, alles selber so zu vergleichen. Und nicht, dass man beeinflusst wird von einzelnen Unternehmen. Denn der wird ja wohl kaum vom Konkurrenten was anbieten, auch wenn es besser ist oder besser zu diesem Kunden passt. Mir wären neutrale Berater lieber. Eine Saturn-Filiale in der Hamburger Innenstadt. An wen geraten die Dunkers dieses Mal? Wieder jemand, den der Hersteller geschickt hat? Zu welcher Zahnbürste würden Sie uns denn raten? Wenn ich mir eine kaufen würde, dann die Oral-B 3000. Die kann schnell, langsam und Massage. Oder wenn man das nicht braucht, dann diese. Die kann schnell putzen und ein- und ausschalten. Und die von Philips? Die von Oral-B sind gründlicher für die Zähne. Die anderen sind schonender fürs Zahnfleisch. Aber natürlich nur, wenn man die hier falsch anwendet. Wenn Sie die hier richtig anwenden, ist die gründlicher und es gibt keine Verletzungen. Beim leichten Putzen passiert da nichts. Die Dunkers bekommen eine ganz ausführliche Beratung. Aber nur zu Oral-B-Zahnbürsten. Und dann entdecken wir einen Aufdruck am Hemdkragen. Braun, der Hersteller von Oral-B. Letzte Runde, die Kochtopf-Abteilung bei Saturn. Die Verkäuferin ist kaum zu bremsen. Wir haben hier ein tolles Angebot von Fissler. Unten Edelstahl, in der Mitte Aluminium, oben wieder Edelstahl. Die Griffe bleiben hundertprozentig kalt, die werden nicht heiß. Kostet 78,99, ist runtergesetzt. Und Sie haben drei Jahre Garantie. Haben Sie auch was Günstigeres? Da haben Sie dann aber keine Garantie, wenn das für Sie akzeptabel ist. Das wäre der hier. Im Deckel könnte sich vielleicht mal Wasser festsetzen, wenn Sie gespült haben. Und die Griffe könnten warm werden. Fissler ist halt immer etwas teurer. Aber wenn der Topf zum Beispiel im Backofen war und der Herd geht kaputt, dann würde das Fissler übernehmen. Oder der Boden vom Topf geht ab. Wie soll das denn gehen? Weiß ich auch nicht, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall sind die teurer, weil bessere Materialqualität. Wie frech, nur bei genauem Hinsehen kann man erkennen, dass klein auf dem Namensschild Fissler steht. Darauf hingewiesen hat die Verkäuferin uns nicht. Meiner Meinung nach tun sich diese Kettenkreien gefallen damit. Absolut nicht. Denn das will der Kunde ja nicht. Der Kunde möchte vergleichen und möchte dann auch die Qualitäten der verschiedenen Maschinen oder was man sich anguckt. Also zumindest müssten sie dann mit offenen Karten spielen und deutlich erkennbar als Repräsentant einer Firma und nicht der Kette dort auftreten. Denn das ist arg irritierend. Media Saturn räumt ein, dass von Herstellern beauftragte Verkäufer in den Filialen arbeiten. Diese hätten Einzelne Produkte betreffend ein besonders fundiertes Fachwissen. Bei Medimax scheint es diese Praxis nicht zu geben. Bei unseren Besuchen berieten uns nur Filialmitarbeiter. Der Modellschummel. Werbeprospekte. Die Angebote sollen uns in die Läden locken. Saturn versucht es mit einem Rechner für 849 Euro. Hier steht jetzt ein Computer drin, 849 Euro. Was meinen Sie, ist das ein gutes Angebot? Sollte man ihn jetzt kaufen? Kann ich so nicht sagen, aber ich denke schon, dass es ein gutes Angebot ist. Aber letztendlich müsste man das vergleichen mit anderen Anbietern. Vergleichen ist wichtig, um nicht abgezockt zu werden, um nicht übers Ohr gehauen zu werden und um sich selbst auch zu informieren, was für Angebote man sonst noch findet. Erst vergleichen. Im Netz ist es meistens noch billiger als bei diesen Märkten. Das Internet macht es natürlich uns heutzutage sehr einfach. Und da schmeißt man die Suchmaschine an und guckt und vergleicht natürlich, wo ist der beste und günstigste Preis. Einheitliche Meinung auf der Straße, im Internet die Preise vergleichen. Okay, das versuche ich jetzt auch mal. Was kostet der Rechner denn direkt beim Hersteller? Hier ist er einen Cent teurer als im Saturn-Prospekt. Nur steht da, dieses Produkt sei momentan nicht verfügbar. Also Anruf bei der HP-Bestell-Hotline. Hallo, hier ist Susan Kovac, grüße Sie. Ich interessiere mich für ein Notebook, das HP Pavillon 17 F074 NG. Sie können das bei sich gar nicht finden? Das gibt es gar nicht bei Ihnen. Okay. Auch anderswo ist es nicht aufzutreiben. Das Notebook gibt es nur bei Saturn. Komisch. Und wie sieht es bei dieser Kaffeemaschine von DeLonghi aus? Im Saturn-Prospekt angeboten für 399 Euro. Doch auch dieses Produkt finde ich nirgendwo. Außer bei Saturn. Anruf bei DeLonghi. Ah, das ist ein Sondermodell, sagen Sie. Mhm. Und es entspricht einem anderen Modell, 03.110. Mhm. Alles klar. Okay, ich schaue nach. Danke, tschüss. Und siehe da, es gibt ein fast identisches Modell im Internet. Für 60 Euro weniger. Doch ohne weiteres kann man das gar nicht herauskriegen. Ist das vielleicht so gewollt? Im Saturn-Prospekt fällt mir dieser Fernseher auf. Für 1099 Euro. Doch wieder gibt es dieses spezielle Modell ausschließlich bei Saturn und Media Markt. Ich habe ein ähnliches Modell gefunden. Erstaunlich, auch das gibt es bei Saturn. Auf den 1. Blick scheinen beide Fernseher identisch. Trotz unterschiedlicher Typbezeichnung. Martin Lindemann verkauft und repariert Fernseher. Für uns guckt er sich heute beide Geräte ganz genau an. Unser Verdacht, die 2 Fernseher sind gleich. Nur kostet der aus dem Prospekt saftiger 140 Euro mehr. Hergestellt ist meiner z.B. in Polen hier. Ja, dieser auch. Alle anderen Aufdrücke sind komplett identisch, ne? Die sind identisch, ja. Ich habe die Datenblätter dazu. Können Sie die einmal für uns durchgehen und schauen, ob Sie irgendwelche Unterschiede finden? Ja, das kann ich machen. Weil wenn es welche gibt, müssten wir sie ja hier drin finden, oder? Ja, da müsste es drin stehen. Beim Vergleich der Datenblätter stellt sich heraus, die Produkte sind in allen technischen Details identisch. Es gibt lediglich minimale Abweichungen. Bei der Höhe der Fernseher 2 mm. Und bei der Verpackung angeblich 2 cm. Wir messen die Verpackung der von uns gekauften Fernseher nach. Und siehe da. So unwichtig vielleicht die Maße auch der Verpackung sind, sie stimmen auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall stimmen sie nicht. Unterschied bei der Farbe. Schwarze Verblendung bei einem. Silbern beim anderen. Na gut. Wir beschließen, die Fernseher aufzuschrauben. Finden wir jetzt ein Bauteil, das einen Preisunterschied von 140 Euro rechtfertigt? So. Es könnte eventuell ein anderes Bainboard verbaut sein. Und es könnte auch ein anderes Display verbaut sein. Dies hier ist z.B. ein LG-Display, also ein Eigenbau. Ich bin ein bisschen gespannt. Ich muss mal schauen. Wir vergleichen die Seriennummern. Die Displaynummer hier ist LC470DUH. Ja, die steht hier auch. Also die Displays scheinen gleich zu sein. Die Mainboards, also das Herzstück, haben unterschiedliche Seriennummern. Die Software aber ist identisch. Welche Unterschiede zwischen diesen beiden Fernsehern sehen Sie? Die Farbe ist unterschiedlich. Technisch scheinen die Geräte beide gleich ausgestattet zu sein. Wir haben hier einen Preisunterschied von über 100 Euro. Der ist 100 Euro teurer. Ist das gerechtfertigt? Tja, das ist die Frage. Also ich würde dann eher dieses Gerät kaufen als dieses, weil es mir dann einfach zu teuer wäre. Wenn ich wüsste, dass sie gleich sind. Mhm. Aber das kann keiner so richtig wissen, ne? Nein, das kann keiner wissen. Mediasaturn gibt zu, dass die Geräte technisch identisch sind. Angeblich eine Ausnahme. Generell wolle man mit Exklusivprodukten den Kunden einen Mehrwert für einen vergleichbaren Preis anbieten. Der Mehrwert beim Fernseher, die veränderte Farbe für 140 Euro Aufschlag. Wie sieht es woanders aus? Im Mediamarkt-Prospekt entdecke ich diesen Drucker. Im Internet ist er jedoch nicht zu finden. Einen Anruf beim Hersteller und ein paar Klicks später weiß ich, den baugleichen Drucker mit lediglich anderer Produktbezeichnung gibt es für gut 20 Euro weniger im Internet. Aber um das herauszufinden, muss man ganz schön viel Aufwand betreiben. Diese Bosch-Waschmaschine aus dem Mediamarkt-Prospekt finde ich weder auf der Bosch-Homepage noch bei anderen Anbietern. Erst nach Anrufen beim Hersteller und intensiver Recherche finde ich ein fast identisches Gerät. Zu einem ähnlichen Preis wie bei Mediamarkt. Warum denn überhaupt ein eigenes Modell? Mediamarkt schreibt uns, Natürlich sind wir immer auf der Suche nach Artikeln, von denen wir uns eine möglichst hohe Akzeptanz beim Endkunden versprechen und die unsere Sortimente unverwechselbar machen. Viel Aufwand, um ein Produkt unverwechselbar zu machen. Den Kunden so hinters Licht zu führen, ist das überhaupt erlaubt? In Bad Homburg habe ich einen Termin mit Peter Bräun-Görke von der Wettbewerbszentrale. Wie schätzen Sie die Situation denn ein? Es gibt keinen Anspruch auf Vergleichbarkeit. Wenn das Gerät technische Abweichungen hat, dann kann ich nicht verbieten, dafür eine eigene Typenbezeichnung zu verwenden. Wenn es absolut identisch ist, dann ist es ja offensichtlich, dass es nur dazu gemacht wird, um für den Kunden einen Preisvergleich zu erschweren. Und dann könnte das irreführend sein. Medimax schreibt uns, Da Verbraucher beim Preisvergleich nicht nur auf die Artikelbezeichnung, sondern v.a. auf generelle Ausstattungsmerkmale achten, lassen sich die Produkte durchaus gegenüberstellen. Haben Sie eine Vermutung, warum gibt es dann unterschiedliche Nummern für so sehr ähnliche oder fast gleiche Markenprodukte? Das ist geschicktes Marketing. Das ist ein Verkaufskonzept. Wenn der Verbraucher das merkt, dass das eben so läuft, dann muss er sich entscheiden, ob er da weiter einkaufen möchte. Was wäre Ihr Tipp für Verbraucher? Wenn Sie die Typenbezeichnung kennen aus der Werbung in eine Preissuchmaschine eingeben und wenn Sie dann feststellen, dass es dieses Gerät tatsächlich nur bei einem bestimmten Anbieter gibt, dann ist eben besondere Vorsicht angezeigt, eben um zu gucken, ob der Preis, der verlangt wird, für das Gerät tatsächlich angemessen ist. Das ist totale Abzocker. Das ist der totale Verarschung im Endeffekt. Aus Sicht der Firmen geschickt, aus Sicht der Kunden schlecht. Man muss es ja irgendwie vergleichen können. Also die können ja nicht einfach ihre eigene Bezeichnung hinsetzen. Und dann steht man da als Kunde und kann es nicht vergleichen. Also es geht ja eigentlich darum, dass es irgendwie so eine Transparenz hat und dass man das Gefühl hat, dass man da nicht irgendwie über den Tisch gezogen wird, nur weil das alles ständig um Profit und irgendwie Profit geht. Ich war einkaufen. Und zwar Produkte von OK, der Eigenmarke von Saturn und Media Markt. Alles unglaublich günstig. Ein Staubsauger für 29,99 Euro. Ein Waffeleisen für 14,99 Euro. Und ein Toaster und ein Stabmixer für jeweils 9,99 Euro. Der Ärger mit den Eigenmarken. Fühlt sich nicht besonders hochwertig an. Das ist relativ locker und die Teile sehen nicht besonders robust aus. Oh, das ist aber günstig, ne? Also den würde ich sofort nehmen. Das Kabel ist relativ kurz. Ich weiß nicht, wo man das anschließen sollte. Das wackelt jetzt schon quer. Es ist sozusagen ein Wackeleisen und kein Waffeleisen. Das ist schön, ja. Das könnten wir direkt so auf das Breitschnitt mit draufschreiben. Für 10 Euro? Ja. Ich würde den Stecker nicht in die Dose stecken. Okay. Aber für meine Tochter, für die Spielküche vielleicht. Da wäre es auch nicht so schade, wenn es kaputt geht. Das ist, glaube ich, das Einfachste, was das gibt. Oder so 9,99 Euro oder so. Meht in China. Eine Kürbisruppe kriegt man hin mit dem Hokaido-Kürbis. Weichgekocht. Crush Ice würde ich nicht probieren. Darf ich mal? Oh ja, gern. Ich bin zwar nicht so direkt der Hausmann, aber... Ja, ähm... Das ist ein Spielzeug. Das ist doch kein echter Staubsauger. Ich würde nicht kaufen, weil ich dann schon auf die Leistung achten würde. Und 1200 Watt sind mir zu wenig. Also ganz echter, wenn ich einmal durch das Wohnzimmer durchgehe, dann ist der voll. Von der Bedienung her finde ich ihn gut. Ja. Allerdings, was mich stört, ist, dass es so viel Plastik ist. Da müsste ein bisschen mehr Stabilität rein. Dann lieber einmal was Gutes kaufen. Und da hat man mehr von als im Endeffekt. Und vor allen Dingen schmeißt man nicht so schnell weg. Cleo, was meinst du? Meinst du? Ja. Wow. Ich bin wieder zu den Dunkers gefahren. Die beiden sollen für uns zwei der günstigen OK-Geräte testen. Den Pürierstab und das Waffeleisen. Zum Vergleich habe ich jeweils ähnliche Markenprodukte mitgebracht, die bei der Stiftung Warentest mit gut abgeschnitten haben. Die nächsten Wochen werden die Dunkers mit der Kamera festhalten, was die Geräte in der Praxis so taugen. Welchen Vorteil versprechen sich die Elektromärkte von den Eigenmarken? Wir fragen noch mal Professor Wiedmann in Hannover. Sie wollen im Grunde Drohpotenzial aufbauen. Zweitens, sie wollen... Und Potenzial, wofür sie? Ja, für den Hersteller. Dass er sagt, okay, wenn du nicht das tust, was ich sage, wenn du mir nicht gute Marschen anbietest, dann versuche ich meine Eigenmarken noch weiter auszubauen. Und der zweite Aspekt ist natürlich der, einen preisaggressiven Auftritt zu machen. Und man versucht natürlich auch die Kunden an die Organisation, an das Handelsgeschäft zu binden. Weil wenn ich einmal eine gute Erfahrung gemacht habe mit so einer Eigenmarke, gewinnt natürlich dann auch diese Handelsorganisation in meiner Wahrnehmung an Bedeutung. Und dann schließlich, am Ende ist es natürlich so, dass ich auch damit zum Teil ganz gut Geld verdienen kann. Sodass das, sagen wir mal, durchaus eine, ja, wettbewerbsaggressive Maßnahme ist. Offenbach bei Frankfurt. Ich habe einen Termin beim VDE mit Jürgen Ritperger. Er hat die Sicherheit der Produkte für uns getestet. Ergebnis? Keine Gefahr. Kleine Mängel entdeckte das Labor trotzdem. Und jetzt sieht man hier Haarrisse. Tatsächlich, das ist schon ein Riss. Und der war von Anfang an noch da? Ja, der ist von Anfang an gewesen. So wird das Gerät aus der Pange entnommen. Das ist natürlich ein Qualitätsmangel. Das könnte man noch optimieren. Mediasaturn meint es läge. Kein Serienfehler vor. Einen Einzelschaden können wir jedoch trotz Qualitätskontrolle nicht vollständig ausschließen. Laut VDE sollten die Waffeln nach etwa zwei Minuten perfekt sein. Beim OK-Waffeleisen fällt den Dunkers sofort etwas auf. Was ist mit der Kontrollleuchte? Das ist schlecht zu sehen. Aber das geht besser. Besser sichtbar. Und das Backergebnis beim Markenprodukt? Äh, löst sich gut. Und beim OK-Waffeleisen? Guck mal, was für ein blasses Kind. Na gut, es gibt eine zweite Chance für das OK-Waffeleisen. Der ist blass. Im Grunde müsste er jetzt noch ein bisschen länger braun werden. Eindeutig besser, das Markenprodukt. Für gerade mal 10 Euro mehr. Warum ist das so? Weil eventuell die Heizkörper, die im inneren Teil verbracht sind, nicht so ausgelegt sind, dass die ganze Fläche gleichmäßig durchheizt wird. Und folgedessen dauert das auch länger. Hier müsste man eventuell zweimal garen, also einen längeren Zeitraum wählen, damit diese Qualität herauskommt. Das ist bei den sehr günstigen Produkten häufig der Fall. Bei den Dunkers erste Verwirrung bei der Bedienungseinleitung des OK-Pürierstabs. Betreiben Sie das Produkt ununterbrochen nicht länger als eine Minute am Stück. Danach das Produkt auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Im Moment ist das ein Tausieder, der sich auch dreht oder was soll das sein? Das ist ein Witz. Wenn ich für, sag mal, Suppe für 6-Personen-Haushalt mache oder so, dann werde ich dann fertig. Auf der Verpackung selbst kein Hinweis, dass man das Gerät nur eine Minute am Stück nutzen sollte. Lediglich in der Betriebsanleitung wird darauf hingewiesen. Media Saturn schreibt zum Kurzzeitbetrieb. Im Normalfall reicht eine Minute im Einsatz für die haushaltsübliche Zubereitung der Lebensmittel aus. Ach so, das wollen wir mal sehen. Härtetest mit gefrorenen Früchten. Zuerst OK. Unfassbar laut. Das hat er nicht gewuppt, ne? Nee. So. Das ist noch fast der Urzustand. Nicht so prall. Und wie schlägt sich das Markenprodukt? Für 7 Euro mehr. Fühlt sich ganz anders an, aber ich muss jetzt mal sehen. Ja, 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 ja. Ich glaube, da ist alles getroffen, aber wir müssen das mal auf 7. Tipptopp. Fazit zum OK-Pürierstab. Wenn man damit mixt, hat man das Gefühl, durch... Es vibriert sehr stark. Ja, man hält den Becher, als wenn der Strom so durch alles durchfließt. Also ist nicht so vertrauenswürdig, würde ich sagen. Ja. Und ist laut. Ja, sehr laut. Laut ohne Ende. Ja. Im Vergleich zu dem Siemens-Gerät, was fast die doppelte Leistung hat, was man auch beim Pürieren gemerkt hat. Da ist die 170 Watt ein bisschen arg wenig. Dabei steht auf der Packung extra noch kraftvoller Motor. Diese Leistung bei diesem Gerät liegt irgendwo bei 170 Watt. Das ist nicht so viel, ne? Das ist nicht so viel. Die höherwertigen Produkte liegen deutlich höher, bis hin zu 800 Watt. Und die sind aber auch dann in der Lage, all das zuzubereiten, was man so im Haushalt erwarten kann. Und noch etwas fällt Jürgen Ripperger auf. Wir haben eine sehr kurze Anschlussleitung. Wie lang ist die? Das ist knapp 90 Zentimeter in der Größenordnung von hier bis zum Stecker. Das ist relativ wenig in einer Küche, weil man nicht immer diesen ausreichenden Platz zur Steckdose hat. Grundsätzlich sollten die Geräte zwischen 1,30 Meter und 1,50 Meter eine Anschlussleitung haben, um eben hier ausreichend die Möglichkeit haben, sich in der Küche zu bewegen. Was ist Ihre Meinung? Warum ist das Kabel zu kurz? Wirtschaftlich gesehen, je kürzer die Leitung, desto weniger kostet mich das. Was wäre zu vermuten, dass das der Grund ist? Media Saturn schreibt uns, sie hätten ... Die Kabellänge inzwischen auf 1,10 Meter verlängert. Klares Urteil der Dunkers. Die Markenprodukte sind in diesem Fall besser. Das war's aus dem Studio Fansby. Ich schalte zurück, da hat noch steht. Bleibt noch dieser Staubsauger für 30 Euro. Das VDE-Labor hat für uns die Lautstärke getestet. Das Gerät ist sehr, sehr laut. 88 dBA, das ist wirklich ein ganz, ganz lauter Wert. Den kann jeder wahrnehmen. Und das entspricht auch nicht mehr den heutigen guten Geräten. Die liegen deutlich drunter, in der Größenordnung bei 60 dBA. 88. Womit kann man das in etwa vergleichen, von der Lautstärke her? Wenn man zu Hause Elektrorasenmäher in dieser Größenordnung hat, dann wäre das schon vergleichbar. Elektrorasenmäher, das ist wirklich laut. Warum ist der so laut? Ist sehr günstig konstruiert. Und mit der günstigen Konstruktion habe ich ein sehr lautes Geräusch über den Motor nach außen. Es gibt keine zusätzlichen Filter, die das Geräusch wegnehmen können. Auch die Kunststoffe tragen ihren Beitrag dazu, dass es halt eben nach außen getragen wird. Und das nehmen wir wahr. Und diese Lautstärke ist dann halt eben so laut, dass es sehr unangenehm ist. Media Saturn schreibt. Natürlich führen wir auch leisere Geräte. Letztendlich entscheidet der Kunde, welches Preis-Leistungs-Verhältnis am besten passt. Wenn das Gerät schon sehr laut ist, saugt es dann wenigstens ordentlich. Zunächst auf Teppichboden. Wie hat sich unser OK-Staubsauger geschlagen? Nicht sehr überzeugend, denn zugesetzt schafft er nur 45 Prozent gegenüber einem vergleichbaren, guten Gerät. Nur 45 Prozent, das heißt nicht mal die Hälfte? Genau, so sieht das aus. Kein gutes Ergebnis. Das ist kein gutes Ergebnis. Wie sieht es bei anderen Böden aus, also glatte Flächen zum Beispiel? Da wird es noch schlechter. Da erreichen wir nur 15 Prozent gegenüber einem vergleichbaren, guten Gerät. Also noch deutlich schlechter als das, was wir am Teppich erreicht haben. Also hier hat das Gerät deutliche Mängel. Ja, lohnt sich das vielleicht trotzdem? Es war halt billig. Nein, das lohnt sich nicht. Wenn man die Berechnung zugrunde legt, welchen Stromverbrauch ich dagegen rechnen muss, das sind ja meine Kosten, die ich tagtäglich beim Saugen im Prinzip erzeuge, dann kann man sagen, in zwei Jahren sind die Kosten so groß, dass ich mir auch einen Top-Staubsauger leisten kann. Denn alleine der Kaufpreis, ein günstiger Kaufpreis, muss ich immer im Verhältnis sehen zu den Kosten, die dann über die Stromkosten mit einfließen und die sind hier sehr teuer. 75 Euro jährlich. So viel könnte man bei einem Gerät mit besserer Saugleistung sparen. Es gibt in diesem Jahr neue Grenzwerte und neue Regeln der EU, die es natürlich nicht mehr erlauben, ein Gerät mit diesen Merkmalen zu verkaufen. Allerdings, wenn sie noch im Abverkauf sind, das bedeutet, sie sind noch auf Lager gewesen, darf man sie verkaufen. Das ist die Regelung, die das auch zulassen. Hier empfehlen wir dennoch, ein solches Gerät nicht zu kaufen, sondern gleich auf die neuen Geräte zuzugreifen, die ihr auch wunderbar über das EU-Label vergleichen könnt. Das Fazit. Unsere Eigenmarkenprodukte von Saturn und Mediamarkt waren technisch zwar okay, mehr aber auch nicht. Bei meinen Recherchen fiel mir immer wieder auf, die Elektromärkte haben unglaublich verlockend klingende Finanzierungsangebote. Damit kann sich anscheinend jeder auch mal was Teureres leisten. Hört sich erstmal vielversprechend an. Was passiert da bei mir im Kopf, will ich von Professor Wiedmann wissen. Im Grunde ist es dann natürlich so etwas wie eine Schnäppchen-Mentalität. In ihrem Belohnungscenter fängt es an zu klingeln, weil sie dann eine Chance wahrnehmen. Die meisten Menschen reagieren auf ganz bestimmte Stimuli. In dem Fall eine Null-Prozent-Finanzierung ist natürlich etwas, was Aufmerksamkeit erzeugt. Was versprechen sich die Elektromärkte davon, so eine Null-Prozent-Finanzierung anzubieten? Im Grunde natürlich die Tendenz, natürlich auch höherpreisige Produkte zu kaufen. Die Tendenz, überhaupt erst mal zu kaufen, weil manche haben ja doch Barrieren, dass sie sagen, naja, kann ich das jetzt wirklich? Und da wird es ja alles ganz easy. Sie haben ja immer das Problem in ihrem Gehirn, sie haben ja so ein bisschen das Schmerzzentrum, das Belohnungszentrum, jetzt mal ganz schlicht. Der Fernseher oder das tolle Angebot ist sicherlich belohnend. Der Preis als solcher ist der Schmerz. Und wenn ich jetzt gewissermaßen sage, okay, weniger Schmerz, dann überwiegt natürlich die Lust, in Anführungszeichen, kaufe ich. Das heißt, es ist ganz einfach Kaufstimulierung, die hier eingesetzt wird. Wie so eine Masche genau abläuft, will ich ausprobieren. Ich bin bei Saturn, interessiere mich für Fernseher und frage den Verkäufer nach einer passenden Finanzierungsmöglichkeit. Wenn Sie die Finanzierung über 18 Monate laufen lassen, werden die Raten ganz klein. Da können Sie sich einen größeren, neueren Fernseher kaufen, den Sie sich sonst nicht leisten könnten. Da stehen Ihnen wirklich sämtliche Türen offen. Und auch bei dieser Mediamarkt-Filiale wird uns zum Kauf auf Pump geraten. Die Null-Prozent-Finanzierung lohnt sich auf jeden Fall. Da muss man nicht so lange sparen. Jetzt noch Medimax. Warum sollte man das nicht machen? Mal angenommen, ich kann nur 499 ausgeben, mir gefällt aber der Fernseher für 899 besser. Da könnte ich das ohne Null Prozent ja gar nicht finanzieren. Ich habe einen Termin mit dem Rechtsanwalt und Finanzexperten Achim Tiffe. Ihm zeige ich unsere Aufnahmen. Was hält er von der Beratung? Es wird hier natürlich positiv dargestellt. Es hat ein unglaubliches Überschuldungspotenzial, wenn die Leute sich eben etwas leisten, was sie sich nicht leisten können. Das heißt, möglicherweise die Raten nicht bezahlen können. Hier sind wir bei den Elektromärkten. Die Verkäufer sind keine Bankangestellten. Da wird einfach nur verkauft. So nach dem Motto, ist uns egal, die Bank wird das schon steuern. Da fehlt eben auch der Schutz eigentlich der Verbraucher. Mediasaturn schreibt uns. Eine Entscheidung für eine Finanzierung setzt immer eine ausreichende Bonität voraus. Medimax meint. Wie bei jeder Anschaffung liegt es im Ermessen des Kunden, ob ein Produkt zu seinen finanziellen Verhältnissen passt. Es verleitet den Kunden zu kaufen. Die Menschen meinen, sie könnten sich das leisten, obwohl es nicht passt. Das ist halt so eine Schuldenfalle, wenn man sich da irgendwas anbirgt für 2, 3 Jahre und man weiß im Endeffekt ja gar nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich glaube, es ist insofern gefährlich, dass man sich selbst nicht mehr so richtig einschätzen kann, weil es einfach zu verlockend ist. Auch das noch. Wer mit 0% finanziert, wird automatisch Kunde einer Bank. Doch davon erfahren wir bei unseren Testbesuchen erst auf Nachfrage. Es gibt keinen Haken. Außer, dass man eine Kreditkarte bekommt. Die muss man aber nicht nehmen. Kostet die was? Die hat eine Jahresgebühr. Die Karte ist aber definitiv dabei. Nein, kann, muss aber nicht. Wie, das wissen Sie gar nicht? Nein, das können wir auch nicht beeinflussen. Kommt auf die Bonität des Kunden an. Wie auch immer, das macht das System. Von der Bank bekommen Sie dann eine Kreditkarte oder Kundenkarte, mit der Sie einkaufen können. Also ich bekomme eine Karte. Ja, eine EC-Karte. Kredit- oder EC-Karte? Sieht aus wie eine EC-Karte, ist aber eine Kreditkarte. Damit können Sie Geld abheben und einkaufen. Unter 1.000 Euro mit 9% Zinsen. Über 1.000 Euro sind das 13,9% Zinsen. Werde ich dann eigentlich Kunde bei irgendeiner Bank? Nein, Sie bekommen dann nur eine Karte von denen. Wenn Sie die aktivieren, kostet das was. Was für ein Geschäft geht man mit der Bank letztendlich ein? So ganz klar wird das bei unseren Testberatungen nicht. Stellen Sie sich das einfach mal mit einem Auto vor. Sie gehen irgendwo hin und dann heißt es ja. Und Sie kriegen vielleicht auch noch zusätzlich ein Auto zugeschickt. Das steht dann vor der Tür, vielleicht auch nicht. Vielleicht können Sie es auch wegwerfen. Vielleicht müssen Sie es auch bezahlen. Dann würde jeder sagen, das ist total absurd. Was wir in der Welt, wo wir Sachen anfassen können, als absurd empfinden, das nehmen wir einfach hin bei Finanzprodukten. Weil wir es nicht so genau verstehen. Wir denken, das ist ja in Ordnung. Ich denke mal, die meisten Kunden akzeptieren das, unterschreiben irgendwas und haben weder verstanden, was sie unterschrieben haben, noch sozusagen wird es klar, bevor sie das unterschreiben. Und das ist natürlich eine absurde Situation eigentlich. Media Saturn schreibt. Der Kunde eröffnet bei der Bank ein Kreditkonto. Nur wenn er das explizit möchte, bekommt er eine Karte für weitere Käufe über sein Kreditkonto. Medimax lässt uns wissen. Zu den genauen vertraglichen Bedingungen geben wir keine Auskunft. Praktisch für den Markt, tückisch für den Verbraucher. Er hat keinen Anspruch darauf, vorab Informationen zum Vertrag zu bekommen. Wir versuchen es dennoch immer wieder. Haben Sie AGBs für uns? Die kann ich Ihnen erst bei Vertragsabschluss geben. Aber vielleicht kann ich Ihre Zweifel ausräumen. Wie gesagt, 0% Zinsen, keine weiteren Kosten. Und der Vertrag läuft nach der abgesprochenen Zeit aus. Haben Sie sonst noch Fragen? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, die Vertragsdetails mal zu sehen? Nein, ich habe keine Vertragsklauseln da. Ich könnte es ausdrucken, aber dafür müsste ich erst Ihre Daten aufnehmen. Ist ja schließlich ein zinsfreier Kredit. Ich würde einfach gerne, bevor ich das abschließe, den Vertrag mal sehen. Geht das? Nein, das geht leider nicht. Wir haben uns in all diesen Gesprächen sehr bemüht, Vertragsdetails zu bekommen. Aber uns ist das nicht gelungen. Wie schätzen Sie das ein? Das ist natürlich katastrophal. Man kann sagen, es gibt hier eine Gesetzeslücke. Die wird ausgenutzt von den Anbietern. Da muss der Gesetzgeber eigentlich tätig werden. Man muss sagen, die Verbraucher müssen hier geschützt werden, damit sie wissen, auf was sie sich einlassen. Es kann nicht sein, dass das heißt, erst müssen sie alle Daten geben und eigentlich sich schon entschieden haben. Dann zeigen wir ihnen, was sie unterschreiben sollen. Das ist ein katastrophaler Zustand. Mediasaturn schreibt uns. Der Kunde hat selbstverständlich Gelegenheit, sich den ausgefüllten Vertrag durchzulesen, bevor er ihn unterschreibt. Aber Vorab-Infos gibt es nicht. Medimax teilt uns mit. Unser Anspruch ist ganz klar, über die Rahmenbedingungen offen und transparent zu informieren. Davon haben wir nichts mitbekommen. Obwohl so ein Deal Risiken hat. Es ist, als wenn man zu einer Bank geht und dort ein Darlehen aufnimmt. Selbst wenn das 0%, also keine Zinsen beinhaltet von dem. Die Folgen sind die gleichen. Wenn sie nicht bezahlen, dann haben sie erhebliche Probleme. Es wird in der Schufa eingetragen. Sie werden Schwierigkeiten haben, nachher andere Verträge zu schließen, auch Versorgungsverträge, Handyverträge. Das muss man sich bewusst machen. Unser Fazit. Die 0%-Finanzierung ist ganz einfach eine Verkaufsmasche. Und auch sonst versuchen die Elektromärkte ganz schön trickreich, uns in die Läden zu locken, um an unser Geld zu kommen. Das Internet macht es uns heutzutage sehr einfach. Da schmeißt man die Suchmaschine an und guckt und vergleicht, wo ist der beste und günstigste Preis. Einheitliche Meinung auf der Straße, im Internet die Preise vergleichen. Okay, das versuche ich jetzt auch mal. Was kostet der Rechner denn direkt beim Hersteller? Hier ist er einen Cent teurer als im Saturn-Prospekt. Nur steht da, dieses Produkt sei momentan nicht verfügbar. Also Anruf bei der HP-Bestellhotline. Hallo, hier ist Susan Kovac, grüße Sie. Ich interessiere mich für ein Notebook. Das HP Pavillon 17 F074 NG. Sie können das bei sich gar nicht finden? Das gibt es gar nicht bei Ihnen. Okay. Auch anderswo ist es nicht aufzutreiben. Das Notebook gibt es nur bei Saturn. Komisch. Und wie sieht es bei dieser Kaffeemaschine von DeLonghi aus? Im Saturn-Prospekt angeboten für 399 Euro. Doch auch dieses Produkt finde ich nirgendwo. Außer bei Saturn. Anruf bei DeLonghi. Ah, das ist ein Sondermodell, sagen Sie. Mhm. Und es entspricht einem anderen Modell, 03.110. Mhm. Alles klar. Okay, ich schaue nach. Danke, tschüss. Und siehe da, es gibt ein fast identisches Modell im Internet. Für 60 Euro weniger. Doch ohne weiteres kann man das gar nicht herauskriegen. Ist das vielleicht so gewollt? Im Saturn-Prospekt fällt mir dieser Fernseher auf. Für 1099 Euro. Doch wieder gibt es dieses spezielle Modell ausschließlich bei Saturn und Mediamarkt. Ich habe ein ähnliches Modell gefunden. Erstaunlich, auch das gibt es bei Saturn. Auf den ersten Blick scheinen beide Fernseher identisch, trotz unterschiedlicher Typbezeichnung. Martin Lindemann verkauft und repariert Fernseher. Für uns guckt er sich heute beide Geräte ganz genau an. Unser Verdacht, die zwei Fernseher sind gleich. Nur kostet der aus dem Prospekt saftiger 140 Euro mehr. Hergestellt ist meiner zum Beispiel in Polen hier. Ja, dieser auch. Alle anderen Aufdrücke sind komplett identisch, ne? Die sind identisch, ja. Ich habe die Datenblätter dazu. Können Sie die einmal für uns durchgehen und schauen, ob Sie irgendwelche Unterschiede finden? Ja, das kann ich machen. Weil wenn es welche gibt, müssten wir sie ja hier drin finden, oder? Ja, da müsste es drin stehen. Beim Vergleich der Datenblätter stellt sich heraus, die Produkte sind in allen technischen Details identisch. Es gibt ledig. Suchen bereden uns nur Filialmitarbeiter. Der Modellschummel. Werbeprospekte. Die Angebote sollen uns in die Läden locken. Saturn versucht es mit einem Rechner für 849 Euro. Hier steht jetzt ein Computer drin, 849 Euro. Was meinen Sie, ist das ein gutes Angebot? Sollte man ihn jetzt kaufen? Kann ich so nicht sagen, aber ich denke schon, dass es ein gutes Angebot ist. Aber letztendlich müsste man das vergleichen mit anderen Anbietern. Vergleichen ist wichtig, um nicht abgezockt zu werden, um nicht übers Ohr gehauen zu werden und um sich selbst auch zu informieren, was für Angebote man sonst noch findet. Erst vergleichen, im Netz ist es meistens noch billiger als bei diesen Märkten. Das Internet macht es natürlich uns heutzutage sehr einfach. Und da schmeißt man die Suchmaschine an und guckt und vergleicht natürlich, wo ist der beste und günstigste Preis. Einheitliche Meinung auf der Straße, im Internet die Preise vergleichen. Okay, das versuche ich jetzt auch mal. Was kostet der Rechner denn direkt beim Hersteller? Hier ist er einen Cent teurer als im Saturn-Prospekt. Nur steht da, dieses Produkt sei momentan nicht verfügbar. Also Anruf bei der HP-Bestell-Hotline. Hallo, hier ist Susan Kovac, grüße Sie. Ich interessiere mich für ein Notebook. Das HP Pavillon 17 F074 NG. Mhm. Sie können das bei sich gar nicht finden? Mhm. Das gibt's gar nicht bei Ihnen. Okay. Auch anderswo ist es nicht aufzutreiben. Das Notebook gibt es nur bei Saturn. Komisch. Und wie sieht es bei dieser Kaffeemaschine von DeLonghi aus? Im Saturn-Prospekt angeboten für 399 Euro. Doch auch dieses Produkt finde ich nirgendwo. Außer bei Saturn. Anruf bei DeLonghi. Ach, das ist ein Sondermodell, sagen Sie. Mhm. Und es entspricht einem anderen Modell 03.110. Mhm. Alles klar. Okay, ich schaue nach. Danke, tschüss. Und siehe da, es gibt ein fast identisches Modell im Internet. Für 60 Euro weniger. Doch ohne weiteres kann man das gar nicht herauskriegen. Ist das vielleicht so gewollt? Im Saturn-Prospekt fällt mir dieser Fernseher auf. Für 1099 Euro. Doch wieder gibt es dieses spezielle Modell ausschließlich bei Saturn und Mediamarkt. Ich habe ein ähnliches Modell gefunden. Erstaunlich, auch das gibt es bei Saturn. Auf den ersten Blick scheinen beide Fernseher identisch, trotz unterschiedlicher Typbezeichnung. Martin Lindemann verkauft und repariert Fernseher. Das ist besonders günstig. Das behauptet zumindest die Werbung. Ultragünstig. Beste Preise haben wir. Irre Auswahl und verrückte Preise. Verrückte Preise, was assoziieren Sie damit? Ähnlich wie mit dem besten Preis soll es die Leute natürlich nie in die Märkte blocken. Und sagen dem dummen Kunden dann auch, du brauchst dich weiter zu suchen. Wir haben die besten Preise. Ja, so suggerieren die einem das ein. Aber ob es das tatsächlich ist, das wissen wir ja nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es da teilweise auch teurer ist. Das passt für mich nicht, weiß ich nicht. Sind also die Preise wirklich so günstig, wie uns weiß gemacht wird? Oder führt uns die Werbung an der Nase herum? Die Preistricks. Ich bin mit zwei NDR-Zuschauern verabredet. Hallo. Hallo. Grüß Sie. Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, schön gelost. Danke. Uwe Dunker hat früher als Ingenieur gearbeitet und repariert für die gesamte Nachbarschaft Elektrogeräte und auch sonst alles, was ihm so in die Finger kommt. Und seine Frau, die Blind Dunker, Mutter von vier Kindern und Hausfrau. Die Dunkers werden für uns in den nächsten Wochen Testeinkäufe machen und Geräte daheim ausprobieren. Gehen Sie gerne in Elektromärkte? Ich gucke ganz gern mal, was neu auf dem Markt ist. Das interessiert mich schon. Und wundere mich heute, da ich meine Geräte ja auch immer lange habe, doch auch über die Preise manchmal. Prinzipiell gerne einkaufen tue ich grundsätzlich nichts. Weil meist mit Geldausgabe verbunden. Die Frage ist, wo kriegt man es her, was braucht man? Allein in Norddeutschland zählen wir über 50 Media-Märkte und 22 Saturn-Filialen. Beide gehören zum selben Unternehmen, Media Saturn. Während Saturn meist in den Innenstädten liegt, ist der Media-Markt oft außerhalb. Alle drei Unternehmen behaupten also, sie seien extrem günstig. Dann dürfte es doch wohl bei identischen Produkten eigentlich keine großen Preisunterschiede geben, oder? Wir schauen uns das mal genauer an. Ich gebe Ihnen mal einen Preis vor. Das ist der von Media-Markt. 63,99. Was glauben Sie jetzt, wenn Sie den Preis sehen, wie unterscheiden sich die anderen Preise? Die Dunkers werden für uns in den nächsten Wochen Testeinkäufe machen. Und Geräte daheim ausprobieren. Gehen Sie gerne in Elektromärkte? Ich gucke ganz gern mal, was neu auf dem Markt ist. Das interessiert mich schon. Und wundere mich heute, da ich meine Geräte ja auch immer lange habe, doch auch über die Preise manchmal. Prinzipiell gerne einkaufen tue ich grundsätzlich nichts. Weil meist mit Geldausgabe verbunden. Die Frage ist, wo kriegt man es her, was braucht man? Allein in Norddeutschland zählen wir über 50 Media-Märkte und 22 Saturn-Filialen. Beide gehören zum selben Unternehmen, Media Saturn. Während Saturn meist in den Innenstädten liegt, ist der Media-Markt oft außerhalb. Medimax gibt es 25-mal bei uns im Norden. Jahresumsatz der drei Unternehmen zusammen. 14,9 Milliarden Euro. Alle drei Unternehmen behaupten also, sie seien extrem günstig. Dann dürfte es doch wohl bei identischen Produkten eigentlich keine großen Preisunterschiede geben. Oder? Wir schauen uns das mal genauer an. Ich gebe Ihnen mal einen Preis vor. Das ist der von Media-Markt. 63,99. Was glauben Sie jetzt, wenn Sie den Preis sehen, wie unterscheiden sich die anderen Preise? Vielleicht 4 Euro günstiger. 4 Euro günstiger oder auch teurer. Ja, oder auch teurer, wie auch immer. 11 Euro Preisunterschied. Oh, das ist ja gewaltig da. Das hätte ich nicht gedacht. Sind 11 Euro. Dass der Media-Markt so teuer ist. So gewaltig. Ja, es ist viel. Heftig. Und bei den Kameras? Preisunterschied, denke ich schon. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Wie hoch wird der in etwa sein? 20 Euro. Vielleicht. 20, 25 Euro, sagt Ihre Frau. Was meinen Sie? Wie viel Preisunterschied? 25 Euro, nee. Nicht so viel? 15. Oder 17. Es sind 20 Euro Preisunterschied. Ich habe ja 17 gesagt. Ich habe 20, 25 gesagt. Vor allen Dingen macht ja auch Mediamarkt so große Reklame, dass man wirklich denkt, da kriegen wir es billig. In Wirklichkeit kann man woanders hingehen und dann kriegt man es dennoch günstiger. Was glauben Sie? Gibt es Preisunterschiede? Sicherlich. Von Händler zu Händler, denke ich schon. Ich denke mal, das kann bis zu 50 Euro liegen, denke ich. Und ich sage, wozu? Ich meine, die Waschmaschine kann nicht fliegen, die kann waschen. Und das Waschergebnis wird, wenn das das gleiche Modell ist, das gleiche sein. So denke ich mir das mal, ne? Ja. Ich sage immer, die Preise, ich den Marketingprofessor Klaus-Peter Wiedmann. Was sagt er zu unseren Ergebnissen? Man versucht einfach, die Konsumenten so weit entgegenzukommen, wie es nötig ist. Und versucht natürlich, auf der anderen Seite das rauszuholen, was auch möglich ist. Ja. Das ist jetzt sicherlich ein Spiel, was hier gemacht wird. Bei Beamten haben sie so eine Art Ortszuschlag. Wenn sie irgendwo wohnen, wo es teuer ist, kriegen sie ein bisschen mehr. Was ist das für die, wo man das Gefühl hat, sie können sich das eher erlauben? Das heißt, wenn die Menschen mehr Geld haben, geben sie es wahrscheinlich auch häufiger aus. Und dann setzt sich die Preise einfach höher. Tendenziell, ja. Fair ist es sicherlich nicht. Das ist im Grunde Business. Ich meine, Business und Fairness passen manchmal zusammen. Manchmal ist es nicht so richtig miteinander zusammen. Die Irrenpreise sind also unter Umständen gar nicht die besten und auch nicht ultra günstig. Auch wenn die Elektromärkte uns das gerne einreden wollen. Sieht es bei der Beratung vielleicht besser aus? Zusammen mit Dietlind und Uwe Dunker klappern wir Elektromärkte ab. Wir wollen die Verkäufermasche aufdecken. Unser Verdacht? In dieser Mediamarktfiliale in Hamburg arbeitet ganz besonderes Personal. Kaum bei den Waschmaschinen angekommen, werden wir von einem jungen Mann forsch angesprochen. Miele ist der Marktführer. Danach kommt gleich Samsung. Über Bosch und Siemens braucht man gar nicht zu reden. Jetzt kommt der junge Mann in Fahrt. Samsung hat auch gute Trommeln, ist Marktführer in Amerika und Asien. Diese Maschine hat auch die patentierte Samsung-Schaumaktiv-Funktion. Das spart Wasser. Die anderen Hersteller tritt er in die Tonne. Hier AEG. Die sind halt nicht so hochwertig wie Bosch und Siemens. Und die halt wiederum nicht so gut wie zum Beispiel Samsung. Was ist denn Ihre Empfehlung? Miele, wenn Sie mehr ausgeben wollen. Oder Samsung. Aber Samsung verbraucht weniger Strom und Wasser als Miele und es gibt eine 5-Jahres-Garantie. Immer wieder Samsung. Der Verkäufer nimmt uns ins Schlepptau, eine Etage tiefer. Hier stehen, Überraschung, ausschließlich Samsung-Geräte. Und die hier kostet nur 1000 Euro und ist sparsamer als Miele. Wir haben genug gehört. Wollen wissen? Sagen Sie mal, arbeiten Sie für Samsung? Erwischt. Ja, tue ich. Erst auf Nachfrage damit rausrücken. Ganz schön dreist. Ich habe da nicht mitgerechnet. Ich finde das auch nicht richtig. Denn ich denke, wenn ich in so ein Kaufhaus gehe, erwarte ich auch möglichst fachkundige Mitarbeiter. Und die mir auch alle, die ganze Palette, vorstellen können. Ich wäre überrascht gewesen, wenn er gesagt hätte, nein, ich gehöre hier zum Markt. Ein Mitarbeiter eines Märkts identifiziert sich nicht mit Produkten eines bestimmten Herstellers. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ein Einzelfall? Wir recherchieren an einer anderen Mediamarkt-Filiale. Bei einem vergleichbaren, guten Gerät. Nur 45 Prozent, das heißt nicht mal die Hälfte? Genau, so sieht das aus. Kein gutes Ergebnis. Das ist kein gutes Ergebnis. Wie sieht es bei anderen Böden aus? Also glatte Flächen zum Beispiel? Da wird es noch schlechter. Da erreichen wir nur 15 Prozent gegenüber einem vergleichbaren, guten Gerät. Also noch deutlich schlechter als das, was wir am Teppich erreicht haben. Also hier hat das Gerät deutliche Mängel. Lohnt sich das vielleicht trotzdem? Es war halt billig. Nein, das lohnt sich nicht. Wenn man die Berechnung zugrunde legt, welchen Stromverbrauch ich dagegen rechnen muss, das sind ja meine Kosten, die ich tagtäglich beim Staugen im Prinzip erzeuge, dann kann man sagen, in zwei Jahren sind die Kosten so groß, dass ich mir auch einen Top-Staubsauger leisten kann. Denn alleine der Kaufpreis, ein günstiger Kaufpreis, muss ich immer im Verhältnis sehen zu den Kosten, die dann über die Stromkosten mit einfließen und die sind hier sehr teuer. 75 Euro jährlich. So viel könnte man bei einem Gerät mit besserer Saugleistung sparen. Es gibt in diesem Jahr neue Grenzwerte und neue Regeln der EU, die es natürlich nicht mehr erlauben, ein Gerät mit diesen Merkmalen zu verkaufen. Allerdings, wenn sie noch im Abverkauf sind, das bedeutet, sie sind noch auf Lager gewesen, darf man sie verkaufen. Das ist die Regelung, die das auch zulassen. Hier empfehlen wir dennoch, ein solches Gerät nicht zu kaufen, sondern gleich auf die neuen Geräte zuzugreifen, die ihr wunderbar über das EU-Label vergleichen könnt. Das Fazit. Unsere Eigenmarkenprodukte von Saturn und Mediamarkt waren technisch zwar okay, mehr aber auch nicht. Bei meinen Recherchen fiel mir immer wieder auf, die Elektromärkte haben unglaublich verlockend klingende Finanzierungsangebote. Damit kann sich anscheinend jeder auch mal was Teureres leisten. Der Finanzierungsköder. Flexible Raten. Ohne Gehaltsnachweis. Ohne Zusatzkosten. Und 0% Zinsen. Hört sich erst mal vielversprechend an. Was passiert da bei mir im Kopf, will ich von Professor Wiedmann wissen. Im Grunde ist es dann natürlich so was wie eine Schnäppchen-Mentalität. In ihrem Belohnungscenter fängt es an zu klingeln, weil sie dann eine Chance wahrnehmen. Die meisten Menschen reagieren auf ganz bestimmte Stimuli. In dem Fall eine 0% Finanzierung ist natürlich was, was Aufmerksamkeit erzeugt. Was versprechen sich die Elektromärkte davon, so eine 0% Finanzierung anzubieten? Im Grunde natürlich die Tendenz, natürlich auch höherpreisige Produkte zu kaufen. Die Tendenz überhaupt erst mal zu kaufen. Weil manche haben ja doch Barrieren, dass sie sagen, naja kann ich das jetzt wirklich? Und da wird es ja alles ganz easy. Sie haben ja immer das Problem in ihrem Gehirn, sie haben ja so ein bisschen das Schmerzzentrum, das Belohnungszentrum. Jetzt mal ganz schlicht. Der Fernseher oder das tolle Angebot ist sicherlich belohnend. Der Preis als solcher ist der Schmerz. Und wenn ich jetzt gewissermaßen sage, okay, weniger Schmerz, dann überwiegt natürlich die Lust in Anführungszeichen, kauf ich. Das heißt, es ist ganz einfach Kaufstimulierung, die hier eingesetzt wird. Wie so eine Masche genau abläuft, will ich ausprobieren. Klappern wir Elektromärkte ab. Wir wollen die Verkäufermasche aufdecken. Unser Verdacht, in dieser Mediamarktfiliale in Hamburg arbeitet ganz besonderes Personal. Kaum bei den Waschmaschinen angekommen, werden wir von einem jungen Mann forsch angesprochen. Miele ist der Marktführer, danach kommt gleich Samsung. Über Bosch und Siemens braucht man gar nicht zu reden. Jetzt kommt der junge Mann in Fahrt. Samsung hat auch gute Trommeln, ist Marktführer in Amerika und Asien. Diese Maschine hat auch die patentierte Samsung-Schaumaktiv-Funktion. Das spart Wasser. Die anderen Hersteller tritt er in die Tonne. Hier AEG, die sind halt nicht so hochwertig wie Bosch und Siemens. Und die halt wiederum nicht so gut wie zum Beispiel Samsung. Was ist denn Ihre Empfehlung? Miele, wenn Sie mehr ausgeben wollen, oder Samsung. Aber Samsung verbraucht weniger Strom und Wasser als Miele und es gibt eine 5-Jahres-Garantie. Immer wieder Samsung. Der Verkäufer nimmt uns in Schlepptau, eine Etage tiefer. Hier stehen, Überraschung, ausschließlich Samsung-Geräte. Und die hier kostet nur 1000 Euro und ist sparsamer als Miele. Wir haben genug gehört, wollen wissen. Sagen Sie mal, arbeiten Sie für Samsung? Erwischt. Ja, tue ich. Erst auf Nachfrage damit rausrücken. Ganz schön dreist. Ich habe da nicht mitgerechnet. Ich finde das auch nicht richtig. Denn ich denke, wenn ich in so ein Kaufhaus gehe, erwarte ich auch möglichst fachkundige Mitarbeiter. Und die mir auch alle die ganze Palette vorstellen können. Ich wäre überrascht gewesen, wenn er gesagt hätte, nein, ich gehöre hier zum Markt. Ein Mitarbeiter eines Märkens identifiziert sich nicht mit Produkten eines bestimmten Herstellers. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ein Einzelfall? Wir recherchieren an einer anderen Mediamarktfiliale. Interessieren uns dieses Mal für Kaffeemaschinen. Wollen uns bei einer Verkäuferin informieren. Ganz kurze Beratung, dann wimmelt sie uns ab. Ich würde ihnen gerne nochmal meine Kollegin schicken. Eine andere Verkäuferin taucht auf. Die Maschine von Krups hier hat ein schönes Display. Bei Krups ist alles aus Edelstahl, nichts aus Plastik. Die Verkäuferin kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Wir fragen, kann sie uns auch etwas anderes empfehlen? Bei dieser Maschine ist die Brüheinheit aus Kunststoff. Das ist echt so eine Geschichte. DeLonghi baut ganz gute Maschinen. Aber bei Viehtrinkern oder nach einem halben Jahr verändert sich die Maschine. Das haben sie bei Krups nicht. Die sind langlebiger. Nach geschlagenen 10 Minuten wissen wir viel über die Maschinen von Krups. Aber nur wenig über die Kaffeeautomaten anderer Hersteller. Neutrale Beratung? Fehlanzeige. Ich finde, so große Elektromarktketten sollten einem die Chance geben, alles selber so zu vergleichen. Und nicht, dass man beeinflusst wird von einzelnen Unternehmen. Denn der wird ja wohl kaum. Was zieht uns eigentlich immer wieder in die großen Elektroketten? Alles, was man braucht, kann man da finden. Es gibt kompetente Beratungen und die Preise sind im Grunde auch ganz okay. Ich finde das sehr praktisch. Da ist für jede Abteilung gleich ein halbes Stockwerk. Billig. Sollen wir dazu sagen, klar. Und weil die Werbung einen infiziert. Alles, was man braucht, findet man in einem Laden. Und was es da gibt, ist angeblich besonders günstig. Das behauptet zumindest die Werbung. Ultra günstig. Beste Preise haben wir. Irre Auswahl und verrückte Preise. Verrückte Preise, was assoziieren Sie damit? Ähnlich wie mit dem besten Preis, soll es die Leute natürlich nie in die Märkte blocken. Und sagen dem dummen Kunden dann auch, du brauchst dich weiter zu suchen. Wir haben die besten Preise. Ja, so suggerieren die einem das ein. Aber ob es das tatsächlich ist, das wissen wir ja nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es da teilweise auch teurer ist. Das passt für mich nicht, weiß ich nicht. Sind also die Preise wirklich so günstig, wie uns weiß gemacht wird? Oder führt uns die Werbung an der Nase herum? Die Preistricks. Ich bin mit zwei NDR-Zuschauern verabredet. Hallo, grüß Sie. Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, kommen Sie bitte los. Uwe Dunker hat früher als Ingenieur gearbeitet und repariert für die gesamte Nachbarschaft Elektrogeräte und auch sonst alles, was ihm so in die Finger kommt. Und seine Frau, Dieblin Dunker. Mutter von vier Kindern und Hausfrau. Die Dunkers werden für uns in den nächsten Wochen Testeinkäufe machen. Und Geräte daheim ausprobieren. Gehen Sie gerne in Elektromärkte? Ich gucke ganz gern mal, was neu auf dem Markt ist. Das interessiert mich schon. Und wundere mich heute, da ich meine Geräte ja auch immer lange habe, doch auch über die Preise manchmal. Prinzipiell gerne einkaufen tue ich grundsätzlich nicht. Weil meist mit Geldausgabe verbunden. Die Frage ist, wo kriegt man es her, was braucht man? Allein in Norddeutschland zählen wir über 50 Media-Märkte und 22 Saturn-Filialen. Beide gehören zum selben Unternehmen, Media Saturn. Während Saturn meist in den Innenstädten liegt, ist der Media-Markt oft außerhalb. Medimax gibt es 25 Mal bei uns im Norden. Jahresumsatz der drei Unternehmen zusammen. 14,9 Milliarden Euro. Das ist aber günstig, ne? Also den würde ich sofort nehmen. Das Kabel ist relativ kurz. Ich weiß nicht, wo man das anschließen sollte. Das wackelt jetzt schon quer. Es ist sozusagen ein Wackeleisen und kein Waffeleisen. Das ist schön, ja. Das könnten wir direkt so auf das Breitschnitt mit draufschreiben. Für 10 Euro, ja. Ich würde den Stecker nicht in die Dose stecken. Okay. Aber für meine Tochter, für die Spielküche vielleicht. Das wäre nicht so schade, wenn es kaputt geht. Das ist, glaube ich, das Einfachste, was das gibt. Oder so 9,99 oder so. Meat in China. Eine Kürbisse bekriegt man hin mit dem Hokaido-Kürbis, weichgekocht. Mhm. Crush Ice würde ich nicht probieren. Darf ich mal? Oh ja, gern. Ich bin zwar nicht so direkt der Hausmann, aber... Ja, äh, das ist ein Spielzeug. Das ist doch kein echter Staubsauger. Ich würde nicht kaufen, weil ich dann schon auf die Leistung achten würde. Und 1200 Watt sind mir zu wenig. Also ganz echter, wenn ich einmal durchs Wohnzimmer durchgehe, dann ist der voll. Ja. Ja. Allerdings, was mich stört, ist, dass es so viel Plastik ist. Da müsste ein bisschen mehr Stabilität rein. Ja. Dann lieber einmal was Gutes kaufen. Und da hat man mehr von als im Endeffekt. Und vor allen Dingen schmeißt man nicht so schnell weg. Cleo, was meinst du? Meinst du? Ja. Wow. Ich bin wieder zu den Dunkers gefahren. Die beiden sollen für uns zwei der günstigen OK-Geräte testen. Den Pürierstab und das Waffeleisen. Zum Vergleich habe ich jeweils ähnliche Markenprodukte mitgebracht, die bei der Stiftung Warentest mit gut abgeschnitten haben. Ein bisschen teurer als die Eigenmarke. Ja, gerne ausprobieren. Und wenn Sie sich also einfach dabei filmen würden. Können Sie auch mal? Ja. Das sieht schon sehr professionell aus. Jetzt geht's. Oder auf die Haltung? Sehen Sie was? Die nächsten Wochen werden die Dunkers mit der Kamera festhalten, was die Geräte in der Praxis so taugen. Welchen Vorteil versprechen sich die Elektromärkte von den Eigenmarken? Wir fragen nochmal Professor Wiedmann in Hannover. Sie wollen im Grunde Drohpotenzial aufbauen. Zweitens, sie wollen... Drohpotenzial, wofür? Ja, für den Hersteller. Dass du sagst, okay, wenn du nicht das tust, was ich sage, wenn du mir nicht gute Marschen anbietest, dann versuche ich meine Eigenmarken noch weiter auszubauen. Und der zweite Aspekt ist natürlich der, einen preisaggressiven Auftritt zu machen. Und man versucht natürlich auch die Kunden an die Organisation, an das Handelsgeschäft zu binden. Weil wenn ich einmal eine gute Erfahrung gemacht habe mit so einer Eigenmarke, gewinnt natürlich dann auch diese Handelsorganisation in meiner Wahrnehmung an Bedeutung. Und dann schließlich, am Ende ist es natürlich so, dass ich auch damit zum Teil ganz gut Geld verdienen kann. Sodass das, sagen wir mal, durchaus eine, ja, wettbewerbsaggressive Maßnahme ist. Offenbach bei Frankfurt. Ich habe einen Termin beim VDE mit Jürgen Ripperger. Er hat die Sicherheit der Produkte für uns getestet. Die Dunkers werden für uns in den nächsten Wochen Testeinkäufe machen. Und Geräte daheim ausprobieren. Gehen Sie gerne in Elektromärkte? Ich gucke ganz gern mal, was neu auf dem Markt ist. Das interessiert mich schon. Und wundere mich heute, da ich meine Geräte ja auch immer lange habe, doch auch über die Preise manchmal. Prinzipiell gerne einkaufen tue ich grundsätzlich nicht. Weil meist mit Geldausgabe verbunden. Die Frage ist, wo kriegt man es her, was braucht man? Allein in Norddeutschland zählen wir über 50 Media-Märkte und 22 Saturn-Filialen. Beide gehören zum selben Unternehmen, Media Saturn. Während Saturn meist in den Innenstädten liegt, ist der Media-Markt oft außerhalb. Medimax gibt es 25-mal bei uns im Norden. Jahresumsatz der drei Unternehmen zusammen 14,9 Milliarden Euro. Alle drei Unternehmen behaupten also, sie seien extrem günstig. Dann dürfte es doch wohl bei identischen Produkten eigentlich keine großen Preisunterschiede geben. Oder? Wir schauen uns das mal genauer an. Ich gebe Ihnen mal einen Preis vor, das ist der von Media-Markt, 63,99. Was glauben Sie jetzt, wenn Sie den Preis sehen, wie unterscheiden sich die anderen Preise? Vielleicht vier Euro günstiger. Vier Euro günstiger oder auch teurer oder? Ja, oder auch teurer, wie auch immer. 11 Euro Preisunterschied. Oh, das ist ja gewaltig da. Das hätte ich nicht gedacht. Sind 11 Euro. Dass der Media-Markt so teuer ist. So gewaltig. Ja, es ist viel. Heftig. Und bei den Kameras? Preisunterschied, denke ich schon. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wie hoch wird der in etwa sein? 20 Euro vielleicht. 20, 25 Euro sagt Ihre Frau. Was machen Sie? Wie viel Preisunterschied? 25 Euro, nee. Nicht so viel? 15. Oder 17. Es sind 20 Euro Preisunterschied. Ich habe ja 17 gesagt. Ich habe 20, 25 gesagt. Vor allen Dingen macht ja auch Mediamarkt so große Reklame. Dass man wirklich denkt, da kriegen wir es billig. In Wirklichkeit kann man woanders hingehen. Und dann kriegt man es dennoch günstiger. Was glauben Sie? Gibt es Preisunterschiede? Sicherlich. Von Händler zu Händler denke ich schon. Ich denke mal, das kann bis zu 50 Euro liegen, denke ich. Und ich sage, wozu? Ich meine, die Waschmaschine kann nicht fliegen, die kann waschen. Und das Waschergebnis wird, wenn das das gleiche Modell ist, das gleiche sein. So denke ich mir das mal. Ja. Ich zeige Ihnen mal die Preise. Wir haben einmal die Waschmaschine.